Musik Guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch Heute Abend geht es wieder um unsere Lebensgestaltung, was im Leben alles auf uns zukommt, was wir in unserem Leben verändern können, wann, wenn wir das Wissen dazu haben. Oftmals sind Dinge ganz einfach zu ändern, wenn wir nur wüssten, wie es geht. Die Zeiten verändern sich, neue Dinge kommen auf uns zu und wenn wir manchmal da an Grenzen stoßen, dann gibt es Menschen, die können uns über diese Grenzen hinweg helfen, da sie einfach mehr Wissen haben oder Informationen ihnen zur Verfügung stehen, die die Rest der Menschen noch nicht hat. Einer von denen heute Abend bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Timocin Tüger-Goglu. Danke Norbert. Tüger-Goglu, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Für die Zuschauer jetzt als erstes mal, wer ist Timocin, wo kommt er her, wie ist er zu dem Thema gekommen, dass er heute als Mentor arbeitet? Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Wir fassen uns natürlich kurz zusammen. Es geht darum, ich habe eine interessante Lebensgeschichte seit der Kindheit. Es war natürlich eine, wie kann man das gut sagen, ein Sonderschülerstatus. Diese Zeit war natürlich sehr anspruchsvoll und hatte natürlich gleichzeitig auch sehr interessante Aspekte zu sehen, zu lernen. Und wir konnten natürlich auch immer zwei Seiten sehen. Also ich war nie der Meinung, dass das, was der Lehrer sagte, sozusagen meine Ansichten waren, sondern ich versuchte auch meine Ansichten durchzubringen, damit man verschiedene Perspektiven hat. Nun, das hat man natürlich nicht erkannt und man wollte es nicht erkennen. Und man versuchte sozusagen mit Psychologen, Pädagogen das abzubringen, meine kritischen Aspekte. Und hatte natürlich dadurch gutes Wissen auch über die ganzen Aspekte, wie die ganze Psychologie funktioniert. Das Spannende war, sie sagten, man muss den jungen Mann einfach ein bisschen anders fördern. Nun, es war spannend, also das Ziel war natürlich immer, das normative Gedankensgut zu pflegen. Und das konnte ich nicht. Ich hatte keine Normierung, sondern ich sagte, ich muss immer ausserhalb diesem Schema denken. Das war einfach in mir stark geprägt. Und somit ging ich an meinen Weg. Aber es hat auch ein gutes Ende, sozusagen. Ich durfte auch einen Beruf erlernen, einen technischen Beruf. Konnte später auch den kaufmännischen Hintergrund noch weiterbilden und stärken. Und später natürlich auch betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und so kam ich natürlich Schritt für Schritt in einen anderen Weg. Beziehungsweise, ich konnte mich so entwickeln, weil seit der Kindheit hatte ich auch starke Prägung im medialen Bereich. Also war natürlich auch ein bisschen medial begabt. Nun, es ist wichtig gewesen, dass ich natürlich das betriebswirtschaftliche Aspekt und natürlich auch das mediale so vereinen kann, dass ich natürlich ein Wissen den Menschen vermitteln darf, das zum Wohle ihrer Entwicklung dient. Also ein Weg, der nicht so einfach war. Das heißt, du warst kein angepasstes Kind in der Schule, sondern jemand, der nach seinen eigenen Gedanken und eigenen Inputs auch da eine Reflexion haben wollte. Richtig. Ganz schwierig ist heute in den Schulen noch ganz schwierig. Man versucht, alle Kinder gleichzuschalten und alle in die gleiche Richtung möglichst zu manipulieren. Dann bin ich auch nicht ein großer Freund davon, denn wie gesagt, Schulen sollten dazu da sein, um die Fähigkeiten und Talente der Kinder zu fördern und sie nicht einzurichten, dass sie gute Staatsbürger werden. Absolut. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Als du dann erwachsen wurdest und diese ganzen Dinge in dir gespürt hast, wie ging das denn dann weiter? Wie bist du denn zu dem Thema Mentor gekommen? Ja, es ist natürlich auch so, dass ich in der Kindheit eine Nahtoderfahrung hatte mit sechseinhalb Jahren, knapp sieben, und das mir eine andere Perspektive öffnete. Das hat mich natürlich mein ganzes Leben geprägt und das hat mich auch begleitet. Ich konnte das nicht mit Menschen teilen, weil die Bewusstseinsentwicklung der Menschen noch nicht so weit war, um die Kenntnisse zu entnehmen. Die heutige Wissenschaft ist natürlich schon ein bisschen weiter und man erkennt natürlich, dass es nicht nur die Materie gibt, sondern etwas Höherstehendes als die Materie. Und es war natürlich für mich wichtig, die Kombination zwischen diesen beiden Aspekten so zu vermitteln, dass die Menschen heute sozusagen es erkennen können. Also das heisst, wenn man sehr stark spirituell ist und in gewissen Sphären sich begibt, ist es natürlich schwierig, diese so zu transformieren, dass es in der Materieform, also in der Menschheitsform anerkennt wird. Das musste ich natürlich lernen und das war natürlich für mich auch nicht so einfach. Das heisst, deswegen war es für mich auch sehr wichtig, den menschlichen Aspekt zu durchschauen, zu erkennen, die ganzen psychosomatischen Aspekte, die ganze Psyche des Menschen zu studieren. Ich war ein sehr guter Beobachter. Ich konnte den Menschen erkennen, wie reagiert er, wie passt er sich an in dieser Gesellschaft. Und so konnte ich natürlich immer mehr verstehen, wie die Menschheit normiert wurde, aber gleichzeitig verstehen, dass ich natürlich mein Wissen auch muss in die Form der Materie umwandeln. Also es war die Synchronisation zwischen dem Geistigen und der Materie. Diese Verbindung musste ich herstellen. Und wenn das fehlt, dann ist es so, dass der Mensch zwar eine Sprache spricht, aber die nicht erkennbar wird natürlich. Also sozusagen wie eine andere Schwingungsebene und die kann die untere Schwingungsebene nicht, die Information nicht halten oder nicht verstehen. Also muss man die runterbrechen in die Materieform und so kann man es abgleichen und so ist es synchronisiert. Da sind wir gleich schon an einem interessanten Thema drin. Gerade das mit den Schwingungen. Nicht jeder Mensch befindet sich auf der gleichen Schwingungsebene. Das heißt, der eine, der sich sehr weit entwickelt, der seinen Körper reinhält und alle diese Dinge tut, der kann höhere Schwingungen ganz anders aufnehmen als jemand, der sehr materieverbunden ist, der vielleicht sein Körperwasser noch nicht gereinigt hat, wo viele Schmutzpartikel und Schadstoffe noch drin sind. Und der vielleicht sich mit den geistigen Thematiken noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat oder auch gar nicht auseinandersetzen will. Jetzt begegnen sich solche Menschen. Oder oftmals haben wir ja das Problem, und das ist ja einer deiner Hauptpunkte, du hast eine Thematik und in der Familie gibt es jetzt Menschen, die auf der einen Seite sehr materiebezogen sind und sehr in ihrer Schwingung noch auf dieser Ebene sich bewegen. Und jetzt hast du Menschen in der gleichen Familie, die sehr hochschwingend sind, meistens die Kinder dann. Das führt doch unweigerlich zu Konflikten. Absolut, Norbert. Es ist so natürlich, dass auch schon in den Schulen bereits, auch in der heutigen Zeit, sehr viele Konflikte haben. Also auch die Eltern mit ihren Kindern, die eigentlich Generationen sind, die immer ja weiter sind als die Eltern. Also viele haben das Gefühl, man müsse ja das Wissen den Kindern beibringen. Aber das Wissen ist ja in ihnen selbst drin. Also das heisst nichts anderes als, wenn man etwas herstellt. Auch in der Technologie ist es ja immer fortgeschrittener als die vorherige. Warum schaut man das nicht so an, dass die Natur, was es erbringt, immer etwas Neues erbringt und man das Gefühl hat, man müsse denen etwas beibringen, obwohl das gegen ihre Natur ist. Und so fängt die Konfliktsituation natürlich auch an. Es ist wichtig, dass man auch als Elternteil ein bisschen auch den Gespräch sucht zwischen dem Kind und so eigentlich versucht zu verstehen, was meint das Kind überhaupt. Das ist in der heutigen Gesellschaft nicht so einfach. Es ist aber nicht nur die Eltern, sondern es ist auch beruflich bedingt. Man kennt ja, dass sie in der heutigen Wirtschaft immer den Zeitdruck, immer mehr produzieren, immer mehr Leistungen erbringen und das geht an die Substanz der Eltern. Also man muss keinen Vorwurf machen an den Eltern, sondern ihnen fällt einfach die Zeit dafür, Zeit zu nehmen für ihre Kinder. Und das entwickelt sich natürlich nicht gerade positiv. Also diese Konflikte, die entstehen in Familien dadurch, dass die Kinder eine ganz andere Struktur haben, eine ganz andere Sinnesebene und Sinneswahrnehmungen, wären das so Konflikte, die in Gesprächen mit dir gelöst werden können? Absolut. Also bei mir ist die Fähigkeit so, dass der Zielpunkt oder der Kernpunkt der Mensch selbst ist. Also da geht es darum, dass man natürlich die Konfliktaspekte des Bewusstseins beziehungsweise des mentalen Ebenen so abholt, wo sie gerade sich befinden. Es geht ja darum, dass man die Erkenntnis aus seinen charakterlichen Aspekten erkennt und merkt, ist es für mich fördernd oder ist es für mich nicht fördernd? Dann geht es ja darum, dass man verschiedene Ansichtsebenen hat und somit einen grossen Ganzen erschaffen kann, damit es ein grösseres Bild entsteht. So kann man es erkennen und so kann man es natürlich auch abheben. Beispielsweise, man spricht ja vom Karma. Karma ist ja nicht anders als Ursache-Wirkungs-Prinzip. Das, was ich auf die Welt setze, das bekomme ich zurück. Da geht es darum, ob man es will oder nicht. Es ist jedem dahingestellt. Aber es geht darum, dass es natürlich kosmische Gegebenheiten hat und die Naturgesetze gibt. Und das ist allgegenwärtig. Da kann kein Gesetz in unserem bürokratischen Aspekt etwas ändern, sondern das sind gegebene Gesetze, die in der Natur und in unserem Kosmos vorherrschend sind. Und wenn man diese natürlich nicht beachtet und nicht berücksichtigt, ist es so, dass die Menschheit natürlich in einen Abwärtsstrudel reinkommen kann und sich in der tiefsten mentalen Ebene befindet. Man sagt dann den tierischen Verhalten natürlich. Und so weit bringt, dass die Menschheit sich selbst vergisst, wer er eigentlich selbst ist. Das sehen wir ja schon so in einzelnen Bereichen unseres täglichen Daseins. Das heißt, wir gehen rücksichtslos mit der Natur um. Zumindest viele Menschen tun das noch. Wir beuten unseren Planeten aus. Also wir entnehmen ihm wesentlich mehr, wie er nacharbeiten kann. Es sind zwei Dinge dann, dass unser ganzes System wird beherrscht durch das Geld. Letztendlich geht es nicht mehr um die Fähigkeiten und Talente, sondern wie kann ich am meisten Geld verdienen. Sind das nicht alles Potenziale, die in uns Menschen viel mehr Konflikte produzieren, die auch ins Zwischenmenschliche gehen? Absolut, absolut. Also ich sage, in den Schulen muss man das Kind ja fördern. Die Talenteförderung, das fehlt heute. Heute haben sie in den Schulunterrichtern zwei Stunden Deutsch, eine Stunde Mathematik, zwei Stunden Turnen und dann nachmittags noch ein bisschen Geschichte. Das ist wie Schizophrenie. Was hat man von diesen Stunden eigentlich begriffen? Nichts. Da geht es ja dasselbe in unseren Nachrichten. In den Nachrichten geht es in diesen halben Stunden, acht Minuten über ein Gespräch und dann sollte man alles verstanden haben, worum es auf dieser Welt geht. Also man gibt den Menschen das Kleinstmögliche und so schnell wie möglich lernen, aber nicht sich hinterfragen, einfach nur noch machen. Also sich der Autorität unterwürfig zu machen und sozusagen sich normieren lassen und dann nur noch so funktionieren. Ich habe mal einem Lehrer gesagt, was hat auswendig lernen mit Wissen zu tun? Der hat mich sofort in die Pädagogen gemeldet oder bei einem Psychologen natürlich. Und dann da fällt die Toleranz natürlich. Da geht es darum, dass man... Ja, vor allen Dingen, wenn man den Lehrer, da fühlt man sich da wahrscheinlich angegriffen und um Gottes Willen, wie kann der Schüler sowas sagen? Natürlich. Und das ist natürlich diese Ansichten, die man natürlich auch erkennen muss. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft noch so in ihrem Bewusstsein eingetrichtert, dass man die Obrigkeiten annimmt und nur noch das tut, was gesagt wird. Statt sein Potenzial zu fördern und sein Potenzial so weiterzuentwickeln, dass das Kind das Beste daraus machen kann, weil jeder Mensch ist intelligent und intellektuell. Alle Talente sind in einem Menschen drin. Die müssen gefördert werden, die müssen erkannt werden. Das ist sehr wichtig. Weil man natürlich heute auch in den Schulen sieht, gibt es Alternativschulen, wie zum Beispiel beim Rudolf-Steiner-Schulen. Dort wird natürlich das Potenzial des Kindes gefördert. Und das ist doch sehr wichtig. Warum schaut man nicht gewisse Aspekte an? Es muss nicht immer alles übernommen werden, sondern man muss sich doch ernsthaft Gedanken machen, wo führt unsere Gesellschaft uns hin? Und dann eigentlich auch Alternativen zu finden. Aber nein, man tut nichts und man geht einfach gerne an die Abgrund, aber man tut es weiterhin so, wie man das vor 100 Jahren getan hat. Ja, ich glaube, auch da liegt ein großes Problem. Ich höre diese Sätze oft, wenn es um Ernährung geht. Ja, das haben meine Großeltern auch gegessen. Dabei vergisst man, dass das, was die Großeltern gegessen haben, mit dem, was wir heute unter dem gleichen Namen finden, lange nichts mehr zu tun hat. Wir haben das ja in einigen Sendungen dargestellt, auch, dass da ein großes Problem ist. Hängen wir zu sehr mit unseren Gedanken in der Vergangenheit? Und haben wir Angst vor Veränderungen? Ja und nein. Also ich kann so sagen, dass man natürlich systematisch oder systembedingt Strukturen hat, die natürlich so gestellt sind, dass sie nicht links, nicht rechts gehen, sondern ihren normativen Strukturen sich beibehalten. Sonst würde dieses System ja zusammenbrechen. Also man hat natürlich diese so aufgebaut, dass es zugunsten dieser systemrelevanten Menschen natürlich dienen kann. Es ist schon so, dass man natürlich, das muss jeder für sich selbst wissen und jeder selbst muss an sich arbeiten und sagen, oder auch Eltern teilen, oder jeder Mensch, der sagt, was macht mich glücklich oder wie kann ich mein Leben anders gestalten. Das ist ja wichtig, weil das System, so wie es ist, ist so. Ob es im Abgrund geht oder nicht, das ist dahingestellt. Aber es geht darum, was wir daraus ja machen. Und wenn jeder Mensch sich selbst ändert und merkt, ich mache ja das, was mich glücklich macht und sich auf das fokussiert, dann wird es sich natürlich auch gut entwickeln. Dann muss dieses System sich zwingendermassen auch ändern. Anders geht es ja gar nicht. Wir sind ja Teil des Systems. Richtig. Das ist ja immer der alte Punkt. Das ist schon so. Und jetzt sagen natürlich die Zuschauer ja, gut, was der Timotzin da erzählt, ist alles recht einfach, aber im Leben muss ich es mal umsetzen. Das heißt, in uns wohnt ja immer die Angst. Die Angst vor Veränderung hatten wir eben schon. Die Angst um eine Existenz. Eine ganz wichtige Sache in unserer Zeit geworden. Viele Menschen werden auch heute an ihren Arbeitsplätzen unter Druck gesetzt. Warum? Weil, wie gesagt, mehr Menschen stehen zur Verfügung, wie eigentlich Arbeit da ist. Das Ganze hätte man schon vor Jahrzehnten in eine ganz andere Systematik hineinbringen können. Aber man baut da lieber das Drucksystem auf, denn dann kann ich die Menschen mehr manipulieren und meine Gewinne vergrößern. Wie nehme ich mich als Mensch denn aus dieser Angst heraus, dass ich morgen entlassen werde und so? Wenn ich jetzt an die hermetischen Gesetze denke, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Warum sollten denn die Menschen da zu dir kommen? Was erfahren sie denn dann? Wie können sie das überwinden? Also es ist so, ich habe ja das selbst durchgemacht. Ich sage immer, als Mentor ist es wichtig, dass man natürlich, um glaubwürdig zu sein, muss man vieles selbst erlebt haben. So ist es natürlich ein bisschen einfacher für den Menschen, der zu mir kommt, zu sagen, gut, der hat ein gewisses Wissen, der hat wahrscheinlich auch viel durchgemacht. Einfach Mentor zu werden, ist es nicht einfach, absolut. Ich hatte gute Zeiten, wie auch tiefe Zeiten, aber es hat mich immer zu meiner Entwicklung gebracht. Ich habe mein Leben, das Leben hat mich so begleitet, dass ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich sagen durfte, Ich kann heute als Mentor meinen Mitmenschen dienen. Es ist eine Fähigkeit, die ich den Menschen sozusagen in allem Aspekt, wo sie sich befinden, dort abholen kann und sie sozusagen begleiten kann in ihrem Leben. So schön und so harmonisch, dass sie natürlich sich erstens wohlfühlen, den Angst wegnehme, aber gleichzeitig auch sie stütze und aufbaue. Das heisst, Angst basiert ja meistens auf Mangel von Wissen. Und je mehr Wissen der Mensch hat, je mehr Fundament er hat und je mehr Geistiges in sich erkennt, desto stärker, desto höher werden seine Erkenntnisse, desto höher gehen auch sein Bewusstseinsfeld. Das ist natürlich eine Kunst des Mentors, das natürlich medial auch eingreift, das natürlich schaut, dass Körper, Geist und Seele in eine Einheit kommen und so den Menschen eine angenehme Situation darbringt, ein Fundament stellt, die Situation anerkennen lässt, erkennen lässt, schaut, was ist das Problem gewesen, wie sieht es aus und sozusagen ein grosses Ganz zu stellen und so erkennt er die Situation. Und dann ein Werkzeug mitzugeben an meine Mitmenschen, damit sie die Tätigkeit selbst ausführen können, damit sie auch ihren karmischen Aspekt immer mehr abbauen und so mehr bei sich selbst sind. Und so natürlich auch gleichzeitig der Angst wegkommt und erkennt seine eigenen Talente. Das ist sehr wichtig. Es ist nichts anderes als, wenn ein Mensch die Freude wegnehmt, da kommt die Angst oder es kommt Unwissen oder es kommt Unmut und man ist demotiviert. Das ist ja der Absicht. Man versucht ja die Menschen in Unmut, in Demotivation, in Missgunst zu bringen, damit sie sozusagen auch gehörig sind in diesem ganzen Aspekt. Und ich nehme das innen weg, nehme das raus und wir gehen Schritt für Schritt, gehen wir in die höhere Sphäre. Das heißt, wir sind in der vorderen Materie, aber wir können auch höhere Schwingungen haben und diese auch nutzen. Da geht es ja darum, wenn man das täglich umsetzt. Es ist ja eine tägliche Arbeit. Wenn ein Spitzensportler Spitzensportler sein will, dann muss man ihn fördern und nicht einmal in der Woche, sondern täglich. Und das ist das Gleiche bei uns auch in der mentalen Ebene. Dass man täglich daran arbeitet, damit unsere mentale Aspekte, Körper, Geist und Seele die hohe Schwingung annehmen und damit auch arbeiten können. Und so fällt das ganze Aspekt weg. Dann fällt auch der Druck weg, dann fällt auch der Angst weg. Alles fällt weg und man lässt sich nicht so schnell manipulieren von gewissen Aspekten, sondern man steht zu seiner eigenen Meinung und sagt, ich stehe zu dem, was ich mache und ich gehe nach meinen Talenten. Weil die Intuition fängt dann auch an, mit den Menschen zu sprechen. Und so erkennen sie natürlich immer mehr, wohin sie wollen, wohin will ich gehen und so natürlich einen glücklichen Weg gehen können. Das ist sehr wichtig. Wenn man etwas verändern will, ist die Veränderung der Mensch selbst. Und der Mentor kann einfach diesen Menschen so begleiten, dass es in die Harmonie kommt, dass es gestärkt wird, dass es gefördert wird und damit es selbstständig auch seinen Weg gehen kann. Das ist sehr wichtig. Du hast eben das Beispiel des Sportlers gebracht. Und da ist ja auch nicht nur der Aspekt des Trainings. Erstmal ist auch nicht jeder Sportler der Gleiche. Das heißt, jeder braucht ein spezielles, auf ihn zugeschnittenes Training. Dann wird kein Trainer nur auf den Sport schauen. Jeder wird schauen, ernährt er sich richtig, trinkt er das Richtige, schläft er ausreichend, hat er einen geregelten Tagesablauf. Das heißt, es beginnt nicht nur beim Training, um den hochzuputschen, sondern die ganzen Randaspekte sind genauso wichtig. Absolut. Wie es auch bei uns so im Leben ist, das heißt, wenn ich unzufrieden bin auf einer Arbeitsstelle, dann gehe ich ja ständig mit Frust dahin. Ich habe entweder Stress mit den Kollegen ständig oder dann kennen wir das Thema Mobbing, ist ja auch so was. Oder ich komme mit dem Chef nicht zurecht. Oder was ich jetzt immer wieder mehr in Mails und Briefen bekomme, dass die Menschen eigentlich diesen Job, den sie machen, gar nicht machen wollen, weil sie wissen, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, eigentlich kein Unternehmen ist, was, ich sage mal, eine hohe Sozialkompetenz hat. Oder halt zum Wohle der Menschen tätig ist. Und jetzt ist immer wieder das Problem dabei, ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach meinen Job hinschmeißen, dann habe ich kein Geld, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, geht meine Familie vor die Hunde. Alle diese Ängste sind ja da. Wie aus deiner Erfahrung ist es denn, wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft? Man sagt ja immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Kannst du das in deinen Erfahrungen so bestätigen? Absolut, das hast du schön gesagt. Ich habe das selbst erlebt und durch meine Kunden, die natürlich auch Angestellte waren am Anfang, und dann einfach der Mut fehlte, damit das zu verändern. Sie sagten, ja, ich habe doch meine Miete zu bezahlen, ich habe doch noch teilweise, ich habe Kinder, ich habe Familie, alles zusammen. Absolut. Aber es geht ja darum, dass man andere Wurzeln anpacken muss. Und wenn man andere Wurzeln anpackt, dann geht es ja darum, dass all die Aspekte, was den Menschen bis heute begleitet hat, wir räumen eigentlich auf. Wir räumen das auf, was eigentlich den Menschen gehindert hat, sich zu entwickeln. Und wenn man das natürlich Schritt für Schritt abbaut und dann den Menschen sich selbst erkennen lässt und ein Fundament gibt, dann merkt er plötzlich, es ist doch alles viel einfacher, als es ist. Also man eröffnet ihm andere Perspektiven. Und dann erkennt er auch seine Talente und merkt, ich kann doch mehr, als was ich kann. Also ich bin ja gewillt zu arbeiten, ich kann doch meine Arbeitsstelle kündigen, ich kann doch immer etwas finden. Ich kann doch arbeiten, ich will doch arbeiten. Also jeder, der arbeiten will, der findet immer etwas. Und man muss zuerst mal einfach aus der Angst hinaus, dass man einfach auch sieht, ich kann ja mehr, als was man mir sagt. Und das ist es eigentlich. Deswegen denke ich, ist der Mentor sehr wichtig, in gewissen entscheidenden Momenten zu sagen, Moment, wir bauen dich so auf, dass du dann so weit bist, dass du dann deinen Weg gehen kannst. Genau diese Ängste, die uns beherrschen, dem Chef zu widersprechen oder den Urlaub, den man geplant hat, wenn er plötzlich gestrichen wird, hinzugehen und zu sagen, du, pass auf, da meine Kinder und meine Frau und alle haben sich darauf eingestellt. Und ich kann nicht nur in meinem Leben für das Unternehmen oder für die Firma da sein. Das wird aber ja heute immer mehr gefordert, obwohl, wenn wir uns andere Berichte ansehen, sehen wir immer, würden wir die Arbeit gleichmäßig verteilen, müsste kein Mensch mehr als drei, vier Stunden am Tag arbeiten und es wären alle in Lohn und Brot. Was natürlich oftmals System verhindert wird durch diese ganzen Knebelbedingungen, Steuer, Sozialversicherungen, hier ein Beitrag, dort noch irgendwas und Sofa und was da alles dazu kommt. Das ist ein riesen Glatteradatsch, der jedem Unternehmer da um die Ohren fliegt. Das heißt, er will so wenig Angestellte wie möglich. Warum? Weil es natürlich für ihn eine Vereinfachung ist und auch eine Ersparnis. Und solange wir so komplizierte Systeme machen, die immer auf Druck aufgebaut sind, glaube ich, wird sich da auch wenig ändern. Das hat ja Konsequenzen. Das heißt, wenn ich nicht meinem Inneren folge, sondern wenn ich jetzt nach wie vor zu einem beruflichen Arbeitsplatz eile jeden Morgen, den ich eigentlich gar nicht mag, dann äußert sich das ja irgendwann körperlich. Das heißt, ich lerne immer mehr Menschen kennen, die im Nacken Riesenprobleme haben, die Rückenprobleme haben. Und gerade diese beiden Dinge, Knie, Rücken und Nacken, das sind so ja die klassischen Stellen, wo sofort der, der über den Tellerrand hinausschaut, sofort sagt, Moment mal, da hast du nichts am Nacken und nichts am Rücken. Das kommt von deiner Psyche, denn du tust dich entweder beugen ständig vor irgendwas, und wenn du ständig mit gekrümmtem Rücken rumlaufst, tut er dir irgendwann weh, oder du stehst unter Druck und das äußert sich dann bei dir in Nackenverspannungen. Wenn diese Symptome schon da sind, reagieren die Menschen ja immer noch nicht. Ja, das ist schon so. Also zum Glück habe ich noch solche Kunden, die eigentlich die Situation so erkennen, dass sie sagen, ich muss ja Alternativen finden. Also die haben schon ein Bewusstseinsspektrum in sich, dass sie sagen, Moment, ich muss Alternativen finden. Das ist jetzt wie bei unseren lieben Zuschauern. Also die haben ein Bewusstseinsfeld schon erreicht, sonst würden sie natürlich nicht schauen. Und es geht ja darum, schon vorher, bevor die Situation natürlich ausbrechen zu kommen, natürlich, das ist schon sehr wichtig. Und dann die Sache natürlich so handhaben, dass dann diese Situation gar nicht mehr kann, also gar nicht mehr passiert. Also das wäre die richtige Entscheidung, wenn Sie merken, es ist Ihnen unwohl. Nutzen Sie Menschen, die Ihnen andere Perspektiven eröffnen können, so wie zum Beispiel der Timocin. Denn er hat die Möglichkeit von seinem a. aus Erfahrung resultierenden und b. von einem objektiveren Standpunkt die Sache ganz anders zu betrachten. Und das sind gerade die Hilfen, die wir oft brauchen und die wir auch so bekommen können. Wir gehen kurz in die Werbung. Nach der Werbung zeigen wir nochmal, was auf der Website von Timocin alles zu finden ist, wo Sie ihn erreichen können, wie Sie es machen können. Und wir sprechen noch über ein paar andere Themen, die uns auch tagtäglich betreffen. Bis gleich nach der Werbung. Timotodoshop.ch Hier finden Sie unsere Gästeprodukte in der Sendung. Ernährungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenz, Heilstein, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles, vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timotodoshop.ch Oder bestellt sie ganz einfach bei unserer Bestellhotline. So liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Bei mir heute im Studio der Mentor Timocin Turgoglu. Er hat von Kindesbeinen angemerkt, dass bei ihm etwas ganz anders funktioniert wie bei vielen anderen. Auch seine Kritikfähigkeit hat nicht immer zu grossem Hallo geführt. Oftmals musste er dadurch Nachteile in Kauf nehmen. Das kennen alle Menschen, die sich nicht nach dem Schema F entwickeln, dass man in der Gesellschaft keine Zeit hat für individuelle Ansprüche. Wir sind aber Individuen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich gegen unsere Natur, wenn wir immer wieder probieren, die Menschen gleichzuschalten. Daraus ergeben sich dann Probleme, die physischer und psychischer Natur sind. Oftmals fängt es in der Psyche an. Dann geht es in die Physis. Und wenn wir heute in diese Kassen schauen wie die IV und sehen, dass bereits über die Hälfte derer, die dort eine Leistung bekommen, psychisch erkrankt sind, dann wissen wir, wie die Menschen heute unter Druck stehen. Und eine ganz andere Geschichte, die auch noch dazu kommt, ist immer wieder das Thema, dass die Selbstmordraten steigen von Jahr zu Jahr. Mittlerweile wird nicht mal mehr in den Zeitungen drüber geschrieben, weil dann müsste man ja das publik machen, wie viele Menschen sich in so einem wohlhabenden Land wie der Schweiz ihr Leben nehmen. Aber, dass es da gar nicht erst dazu kommt, dazu gibt es Menschen wie den Timurgin. Timurgin, es gibt ja auch viele persönliche Problematiken, die im Umfeld liegen können. Ich und meine Verwandten, ich und meine Freunde, ich und meine Arbeitskollegen, ich und meine Kinder. In diesen ganzen persönlichen Beziehungsfeldern, ob das, wie gesagt, in die Freizeit, in die Arbeit oder in die Familie geht, haben wir ja immer wieder Konflikte. Das heißt, Konflikte entstehen, wenn die Menschen über Jahre unter Druck sind, plötzlich platzt das Ventil und das kommt zum Ausbruch und oftmals dann mit unschönen Situationen. Wie merke ich denn, wenn plötzlich das Ventil immer mehr ans Kochen gerät, bevor es zur Explosion kommt? Wie spüre ich das denn, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, jemanden wie dich aufzusuchen? Es ist natürlich so, dass man einfach das Unwohlsein, das einfach nicht zufrieden sein, nicht glücklich sein, einfach diese Aspekte, die den Alltag beschäftigt, also auch zur Arbeit gehen, ohne dass man eigentlich will, zu Hause ist, dass man von den Kindern oder sonst von seinen Freunden nichts mehr hören will. Es ist wichtig, dass man dann erkennt, dass man sagt, okay, irgendetwas stimmt an mir nicht, es funktioniert nicht so, wie ich es funktionieren sollte oder ich will anders funktionieren. Das fehlt halt der Mut. Ich wurde jahrzehntelang sozusagen so herumtraktiert, dass ich heute dort bin, wo ich bin. Und ich kann ja nur das, also wenn man natürlich diese Aspekte hereinbezieht, ist es wichtig, dass man hier reagiert natürlich und nicht den Weg Exit nimmt. Wie du gesagt hast, die Selbstmordrate sind sehr hoch. Ich bin auch selbst Pendler und gehe mit dem Zug oft und bin unterwegs natürlich und ich höre Personenschaden zum Beispiel. Also es ist eigentlich Selbstmord, wenn man sagt Personenschaden und das höre ich im Monat sicher eines bis zwei Mal. Also das ist schon ein Alarmzeichen eigentlich, wo wir uns heute auch befinden, aber auch strukturell natürlich, auch in unserer Wirtschaft ist es so, dass eigentlich der Automatisierungsgrad so optimiert ist, dass der Mensch, wie du sagst, eigentlich weniger arbeiten könnte. Aber nein, wir müssen mehr herstellen, damit wir mehr wegschmeißen können. Also natürlich auch betriebswirtschaftlich eigentlich völlig ein Unsinn, das ewige Wachstum. Und man sieht ja selbst, die Brote, die gebacken werden, die werden 30 bis 40 Prozent weggeschmissen. Das, was überschüssig produziert wird, wird auch wieder weggeschmissen, wird nicht gebraucht. Fahrzeuge, die hergestellt werden, werden auf einsamen Inseln begraben, damit einfach von dem Sichtfeld weg ist. Also ich sage mir, wie gesund ist dann unser System? Man sollte sich auch ein bisschen darüber erkundigen, auch Alternativen ein bisschen schauen. Also wie Time2Do zum Beispiel. Das ist wichtig und sich erkennen lassen, da stimmt doch was nicht. Da muss man dann reagieren. Da gibt es halt Menschen, die schon seit Jahrzehnten lang den Menschen versuchen, etwas beizubringen, halt vielleicht auf ihnen hören und merken, der sagt doch was, der hat doch Fähigkeiten, der kann doch etwas. Ich habe doch Alternativen. Und es ist nicht alternativlos. Man muss nicht zum Psychologen gehen, weil der Psychologe geht nach einer Schematik. In dieser Schematik geht er nicht links, geht er nicht rechts, weil jeder Mensch, wie du sagst, ist einzigartig, so wie er ist. Und man muss in die Einzigartigkeit hineingehen an diese Menschen. Und das können halt keine Psychologen, das kann man nicht lernen, sondern es ist eine Begabung, das gewisse Menschen halt in sich haben und den Menschen wirklich auch geben können. Ich habe Menschen gehabt, die gesagt haben, ich war in der Psychiatrie und ich bin jetzt zu dir gekommen und ich fühle mich wie neu geboren. Da sage ich mir, das ist doch schön, ja, das ist schön. Das ist auch meine Aufgabe, das ist auch mein Dienst und meine Mitmenschen. Es geht nicht nur um meinen Profit, es geht um den Dienst meines Mitmenschen, damit wir eine gute Gesellschaft auch formen können damit. Das ist sehr wichtig. Was ist denn das, was am häufigsten auf dich zukommt? Welche Problemfelder bei den Menschen werden am häufigsten bei dir angesprochen? Es ist meistens die mentale Ebene. Also das heißt, der Mensch ist ja aus Körper, Geist und Seele. Und wenn natürlich den Geist und die Seele nicht vollkommen oder beziehungsweise nicht den Weg geht, was bestimmt ist für den Menschen, dann fängt natürlich die Symptomatiken Aspekte an, die Krankheiten oder die Unzufriedenheit, Umfälle etc. Das wirkt natürlich auf sich auf, weil die höhere Kraft sagt, wir haben uns das vorgenommen, diesen Weg zu gehen. Man kann etwas dazu lernen und dann sagen, okay, es ist Zeit, etwas Neues zu machen. Und wenn ich so ein bisschen herumhöre, sagt man, ich bin gerne mal 20 Jahre in dieser gleichen Firma. Oder gewisse sagen, gut, ich wechsle oft. Es ist ja gut, aber es geht ja darum, macht es dich glücklich? Die schwierigste Frage, die ich den Menschen gestellt habe, ist, was macht dich glücklich? Und diese Frage können sie nicht auf Anhieb beantworten. Was macht dich glücklich? Das ist die schwierigste Frage, die ich anscheinend gefunden habe. Und ja, zum Teil müssen sie lange überlegen und finden es nicht. Und so ist es wichtig, dass der Mentor natürlich den Menschen wirklich auch aufbaut, Wissen gibt, Perspektiven zeigt und so natürlich auch erkennt, was macht mich jetzt wirklich glücklich? Es ist wahrscheinlich der Punkt, dass viele Menschen den Zustand, glücklich zu sein, gar nicht mehr kennen. Da wir, wie gesagt, in diesem Drucksystem leben, was egal, ob politisch, ob es finanziell, ob es aus dem Bereich unseres Beschäftigungsverhältnisses, manchmal aus der Familie, dass von hinten viel Druck gemacht wird und wir sind doch und du musst und du musst. Und ich sage immer, wenn ich das Wort höre, du musst, dann geht bei mir innerlich schon ein Rollladen runter. Weil letztendlich müssen wir ganz wenige Dinge, das heißt, einmal müssen wir atmen, sonst können wir nicht überleben, essen und trinken sollten wir auch, sonst wird es auch da zum Problem. Und dann müssen wir uns damit abfinden, dass irgendwann unser irdisches Dasein endet. Und das, liebe Zuschauer, sind schon die Masse der Dinge, die Sie eigentlich müssen. Alles andere liegt in Ihrer freien Entscheidung. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir genau wissen, ich entscheide und ich übernehme die Verantwortung, ich bin selbstbewusst, selbstbestimmt und selbstverantwortlich über mein Leben. Und wie ich das leben kann, und das heißt nicht, dass ich rücksichtslos werde, nein, im Gegenteil, Menschen, die bewusst leben, leben besonders rücksichtsvoll. Warum? Weil wenn jemand bewusst lebt, dann will er nie einem anderen Schaden zufügen, weil er das andere, das Leben, und da rede ich nicht nur vom menschlichen, das tierische, das pflanzliche Leben, hat bei ihm einen ganz hohen Respekt und er respektiert den Gesamtablauf unserer Natur. Also wird er nie rücksichtslos arbeiten. Das sind wieder die Thematiken, die auf uns zukommen, wenn wir in einer materialistisch geprägten Gesellschaft aufwachsen. Sie kennen den alten Spruch, hast du was, bist du was, ist der dümmste Spruch, den ich in meinem Leben gehört habe, weil der definiert die Menschen nur über materiellen Besitz. Und wir wissen, den anderen Spruch, den es dazu gibt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, dann muss ich doch irgendwann mal drüber nachdenken anfangen, wieso tue ich mir einen Haufen Besitz anschaffen, den ich auch nicht mitnehmen kann, und wenn ich dann gehe, ist er eh weg. Also was macht das für einen Sinn? Das heißt, wir leben da in sogenannten Erziehungsmodellen. Und jemand wie der Timur-Jean, der ist dazu geeignet, diese Modelle im Kopf umzubauen und zu sagen, nee, nee, das ist nicht gottgewollt, das hat man dir einfach beigebracht, das ist menschengemacht. Und wenn du in so einer Situation dann bist, die dich dann nur noch im Kreis rennen lässt und dann nicht mehr rauskommst, dann kommen viele Beschwerden. Viele Menschen reagieren mit Allergien, mit Ausschlägen, mit irgendwelchen Dingen, die ihre Sinnesorgane betreffen und vieles andere. Wenn bei dir jemand kommt mit einer Problematik, wie läuft das denn dann ab? Machst du Sitzungen, gehst du zu den Leuten nach Hause, kommen die zu dir? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe drei verschiedene Methoden. Die erste Methode, dass man zu mir kommen kann, in meinem Office in Zürich. Die Alternative zwei ist, für Menschen vielleicht, die auch gehbehindert sind oder eingeschränkt sind, dass ich auch gerne zu ihnen komme. Dieses Modell biete ich auch an. Und halt natürlich für unsere deutschen Freunde und österreichischen Freunde, dass ich natürlich auch ein bisschen entgegenkomme, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen können. Es ist sehr wichtig, dass man natürlich auch Komprimisse eingehen sollte. Das ist sehr wichtig, ja. Also drei verschiedene Methoden, denke ich. Und dann hat man auch die Möglichkeiten, das zu beziehen, was für jeden das Beste ist, natürlich. Dann zeigen wir mal die Website vom Timogen, dass Sie sehen können, wie Sie sich informieren können. Unter www.mentor, also Mentor mit zwei T geschrieben hier, das mentale Tor. Das ist eine ganz gute Affirmation. Punkt CH. Dann kommen Sie auf die Webseite. Hier steht ein toller Spruch drauf. Ich begleite Sie in schwierigen Lebenslagen mit offenen Augen und dem richtigen Rezept. Und jetzt gibt es darunter einige Anliegen. Kannst du es lesen? Ich kann es jetzt nicht genau lesen, aber es sind ziemlich viele. Also es sind natürlich auch viele zusammengekommen, weil die Problematiken, die ich hatte mit meinen Kunden, habe ich auch mal aufgeschrieben. Also es ist mal so eine Zusammenfassung eigentlich. Und das, was die Menschheit eigentlich viel beschäftigt natürlich. Also wenn ich mir die Themen da anschaue, da geht es um soziales Umfeld, um schulische Problematiken, gesundheitliche im Berufsumfeld, in Partnerschaften oder Freundschaften, in der Gesellschaft, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im spirituellen komme ich nicht weiter, habe Probleme mit Behörden, mit der Familie. Dann können es auch Vorsorgethematiken sein, wirtschaftliche, rechtliche, unternehmerische. Alles Probleme. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, da standen jetzt zwei Worte wie rechtlich und gesundheitlich. Vorsicht, dass man das auch richtig rüberkriegt. Der Timocin ist weder Mediziner, noch ist er ein ausgebildeter Advokat. Das heißt, ein Mentor begleitet. Er ist nicht Rechtsberater und ist auch nicht Gesundheitsberater, müssen wir ganz klar vorausstellen. Und er macht natürlich auch keine Heilaussagen, denn das kann er nicht und das darf er nicht. Seine Begleitung ist im Prinzip, wie zu sehen, einer freundschaftlichen Begleitung. Ich habe einen guten Freund und wenn ich ein Problem habe, kann ich zu ihm hingehen und kann sagen, Timocin, pass mal auf, ich stehe vor der und der Situation, hier habe ich jetzt die Ausbildung abgeschlossen, meine Eltern wollen, ich soll das machen, ich würde aber gerne was ganz anderes machen. Da habe ich schon ein Problem gehabt mit der Ausbildung und so. Was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach tun? Das heißt, der Ratschlag eines guten Freundes ist mehr wert als jegliches Gutachten, was 17 Seiten hat. Warum? Weil der Freund mit einem denkt und der Gegenüber immer wieder eigene Interessen verfolgt. Und der Freund ist etwas, der neben mir steht und mir dann Hilfe leisten kann, wenn ich Hilfe brauche. Das heißt, er kommt nicht und hebt dauernde Finger und sagt, du musst dies und du musst das und mach ja das. Nein, er ist ein Berater, der immer für mich dann zur Verfügung steht, wenn ich ein Problem habe. Diese ganzen Situationen, sage ich mal behördlich, ist ja auch so eine Thematik. Viele Menschen finden sich da überfordert, vor allen Dingen Menschen, die mit einem Migrationshintergrund in die Schweiz kommen. Auch ich stande irgendwann vor dem Thema, dass hier viele Dinge anders laufen, wie ich das aus Deutschland kenne. Aus anderen Staaten wird es wahrscheinlich ein noch größerer Unterschied sein. Ich habe ja noch den Vorteil, wir sprechen die gleiche Sprache, also mit ein paar Unterschieden drin. Aber grundsätzlich verstehen wir uns, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Und da ist es nochmal einfacher. Wenn jetzt natürlich Menschen kommen, die noch ein Sprachhindernis gleichzeitig haben, und dann können auch solche Menschen zu dir kommen und können auch da mit dir drüber sprechen, was sie jetzt da machen wollen. Du hast auch wahrscheinlich noch ein Netzwerk um dich herum, wo es Menschen gibt, die dann Fachkompetenz im Gesundheitsthema zum Beispiel oder in rechtlichen Themen machen können. Ist das so? Es ist schon so. Es geht nämlich primär darum, die Erkenntnisse, die ich selbst gemacht habe, die Erfahrungen mit den Behörden, auch rechtlich. Diese Erfahrung habe ich ja selbst gemacht. Es geht ja darum, auch mein Hintergrund ist, wie du gesagt hast, ich bin weder ein Anwalt, ich bin weder ein Heiler. Das muss ausgeschlossen werden, weil man kann sich nicht aus das definieren. Das geht ja gar nicht. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht. Ich kenne gewisse Aspekte in unseren Behörden, den Abläufen. Ich kenne mich auch im Recht gut aus, weil ich habe auch selbst viel durchgemacht. Als Querdenker und Andersdenker oder als medialer Mensch sieht man die Hintergründe hinter dem System. Und wenn man natürlich diese erkennen kann, das ist natürlich für mich einfacher, Lösungen zu schaffen, als jetzt jemand, der das nicht durchschauen kann. Es ist eine Herausforderung, auch rechtlich gesehen. Weil die Rechtswissenschaft in sich so absurd und so komplex ist, dass nicht nur ein Rechtsanwalt manchmal einen Durchblick hat. Also bei mir ist einfach die Fähigkeit, auch zwischen den Zeilen zu lesen, zwischen den Zeilen zu verstehen und die Hintergründe natürlich durchzublicken und zu lösen. Das ist einfach meine Fähigkeit. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich mache das gut, ich kann das gut und unterstütze natürlich auch meine Mitmenschen in diesem Fall. Natürlich, ich mache nicht für sie, sondern ich kann für sie zum Beispiel ein Begleitschreiben machen, damit sie das für sie etwas hat, dass sie etwas Handfestes haben, sodass sie natürlich auch mehr Zeit haben, an ihrer mentalen Ebene oder an ihrem Mentalsein zu arbeiten. Das ist sehr wichtig. Also es geht ja auch darum, einen Druck wegzunehmen an den Mitmenschen. Das geht ja auch nur, wenn man einen Hintergrund oder einen Rückgrund hat und versteht, worum es eigentlich wirklich geht. Ein Mentor sollte nicht nur Fokus auf etwas haben, sondern er sollte sein Wissen groß haben, damit die Menschen wirklich auch dort abholen können, wo sie auch sind. Das ist sehr wichtig. In den Jahren, wo du das jetzt schon machst, hast du ja immer wieder Kontakt zu vielen Menschen bekommen. Wie sieht es denn aus, wenn ich zu dir komme, wie häufig nehmen die Menschen denn deinen Dienst in Anspruch? Ist das bei einem Treffen oftmals getan oder kann das auch eine längere Geschichte sein? Es ist unterschiedlich in Orbeid. Es gibt Menschen, die ein Bewusstseinswissen haben, das schon sehr gross ist. Die brauchen teilweise nur wirklich Andeutungen, eine andere Perspektive. Das fördert sie sehr schnell und sie lernen auch sehr schnell. Man kann sie noch aufbauen, bis zu ihrer Meisterschaft zu bringen. Das ist wirklich bemerkenswert, wie sie sich entwickeln. Dann gibt es solche, die eben, wie gesagt, gewisse Problematiken haben, die noch ein bisschen aufräumen müssen, die halt vielleicht vieles so gemacht haben, wie sie nicht tun sollten. Da braucht es ein bisschen Zeit, das ist schon so. Aber eigentlich geht es ja darum, dass es schnell wieder in die Eigenständigkeit geht. Also der Mentor gibt ja ein Werkzeug mit, damit der Mensch das an sich selbst aneignen kann und daran arbeiten kann. Das ist ja wichtig. Und so auch nicht mehr abhängig von einem Mentor. Das braucht er nur in gewissen Situationen, die er beanspruchen kann. Und dann ist es wieder auch gut. Also es gibt auch Menschen, ältere Menschen, die gerne zu mir kommen, einfach um sich zu bereichern zu lassen. Das gibt es auch. Aber wie gesagt, es ist unterschiedlich. Das wäre ja auch noch eine Überlegung. Jetzt haben die Zuschauer natürlich, weil sie wahnsinnig viele Menschen bei mir in den Sendungen sehen und kennenlernen, natürlich immer wieder das Fragezeichen im Kopf, ist er jetzt für mich der Richtige? Machst du so etwas wie einen Stammtisch oder einen Infoabend, wo die Menschen erst mal kommen können und ein bisschen mit dir sprechen? In dem Problem können wir da was machen und haben es da Erfahrungen und so weiter? Gibt es das? Ich habe so ein Modell erstellt, das ich gesagt habe, es ist wichtig, wenn mein Kunde kommt, gleichzeitig aber auch unverbindlich ist. Die ersten Viertelstunden, habe ich gesagt, sind unverbindlich. Sie können schauen, können sich antasten und wenn das Gespräch weiterhin fortführt, dann ist es okay. Und wenn sie sagen, tut mir leid, das ist wirklich jetzt nichts für mich, dann kann man das abbrechen. Das ist auch ihr Anrecht. Das ist ein Schutz gegenüber den Menschen, ist auch ein Schutz gegenüber mir und so auch, dass es für jeden gleich ist eigentlich. Und eine Tätigkeit im Stande kommt, wenn beide zufrieden sind und beide erfüllt sind. Das ist wichtig. Also das finde ich eine tolle Lösung. Sie haben das verstanden, liebe Zuschauer, wie das der Timocin macht. Das heißt, Sie machen einen Termin, die erste Viertelstunde, machen Sie ein Gespräch, stellen Sie Ihre Fragen, um festzustellen, ist der Timocin jemand, der mir in meiner Problematik helfen kann. Aber, das sage ich auch, Achtung, natürlich nützt es keinem was, wenn der Timocin Ihnen nach dem Mund redet. Denn er will ja dort genau ansetzen, wo Ihr Problem ist. Und das ist natürlich auch manchmal mit Widerständen verbunden. Wenn man sich selbst in die Opferrolle hineinbegeben hat und irgendwann dann raus will, ist das natürlich auch mit gewissen Veränderungen verbunden. Und diese Veränderungen sind manchmal sehr aufrüttelnd, sehr aufwühlend. Manchmal auch schmerzen die ein bisschen. Das muss nicht körperlich sein. Das kann auch in der seelischen Ebene sein. Denn wenn was bequem seit Jahren läuft, dann ist man natürlich oftmals gewillt, das beizubehalten, was dann natürlich nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Also da haben Sie die Möglichkeit, offen darauf zuzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Timocin. Vielleicht kann er in meiner Problematik eine Lösung bieten. Und wie gesagt, wenn man dann nach diesem Vorgespräch mit dir weiter ins Gespräch geht, dann hast du wahrscheinlich Stundensätze. Richtig, ganz genau. Ich habe Stundensätze, die eigentlich ganz normal bei einer Beratung eigentlich ist. Das kann man auf meiner Homepage auch ersichtlich sehen. Kann man anschauen, wenn es natürlich Menschen gibt, die eigentlich gerne meinen Dienst beanspruchen, aber vielleicht finanziell Mühe haben. Da kann man mir gerne eine Anfrage schicken und können wir sicher eine Lösung finden. Das ist sehr wichtig. Es sollte wirklich ein Dienst sein für jeden Mensch und es sollte nicht nur die eine Gruppe sich berufen fühlen, zu mir zu kommen, sondern es sollte für alle Menschen eigentlich eine offene Plattform sein, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Das ist sehr wichtig. Wir haben ja schon gehört, Office in Zürich, also mitten in der Schweiz, gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Sie haben gesehen, die Telefonnummer, liebe Zuschauer, haben wir auch eingeblendet und die Website, wenn Sie sich vorinformieren wollen bzw. terminieren wollen. Alle weiteren Dinge, die der Timocin macht, wenn auch mal die Thematik Seminare ansteht, wo man grundsätzlich Dinge lernen kann, die einem im Leben weiterhelfen, dann werden wir das auch über unsere Plattform hier während der aktuellen Sendungen und auch auf der aktuellen Seite veröffentlichen. Zum Schluss frage ich die Gäste immer noch gern, an welchen besonders schönen Fall denkst du denn gerne zurück in deiner Zeit als Mentor? Ja, also das Schönste ist, wenn man einen frustrierten Mensch oder einen traurigen Mensch oder, wie gesagt, ein Mensch, der sich nicht gut gefühlt hat, als er zu mir kam, aber rauslaufen konnte mit einem Lächeln, mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer leichten, das ist das Schönste, was man einem Menschen geben kann. Also das ist mein größter Lohn eigentlich, die Zufriedenheit meiner Mitmenschen, das ist mein größter Lohn. Und das wäre, wie gesagt, das kann man nicht mit Geld gut machen, sondern das ist etwas, was außerordentlich ist. Deswegen sage ich, es ist mein Dienst an meine Mitmenschen und ich bin glücklich, wenn sie glücklich sind und sie erfüllt sind. Das ist schön. Das ist so richtig dein Hintergrund. Das merke ich auch, wenn die Menschen reflektieren und können die Dinge, die in so einer Sendung gehen, annehmen und sie helfen ihnen in ihrem Leben weiter. Und das wird reflektiert. Da muss ich dir recht geben. Das ist eigentlich die schönste Entlohnung an dem Ganzen. Hast du spezielle Zeiten, wo man dich in Anspruch nehmen kann oder ist das auch frei vereinbar? Das ist, ich habe die Öffnungszeiten zwischen 10 bis 18 Uhr. Da kann man mich telefonisch erreichen. Man kann mir eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, wenn ich natürlich nicht abnehmen kann, nicht gerade denken, dann nehme ich es nicht ab. Ich arbeite alleine. Ich bin ein One-Man und ich muss das natürlich alles handhaben. Und ich werde zurückrufen und ich werde mich zurückmelden. Also da einfach nicht überrennen, bitte. Ja, das heißt, du bist in der Beratung dann nicht erreichbar, dann rufst du danach zurück. Das ist auch machbar. Wie gesagt, E-Mail ist ja immer ein Thema, was gut geht. Wenn jetzt Menschen sehr weit weg sind, zum Beispiel aus Norddeutschland, das sind ja 800, 900 Kilometer bis hierher, wäre es dann auch möglich, dich über Skype zu kontaktieren? Da kann man natürlich etwas arrangieren. Absolut. Da kann man schon. Aber für mich ist es immer wichtig, dass der Mensch gegenüber mir steht. Denn, wie gesagt, auch meine mediale Begabung geht natürlich nicht nur in eins zu eins, sondern geht natürlich auch über andere Frequenzen über. Aber ich denke, ich finde es schöner, wenn der Mensch gegenüber mir steht. Finde ich gut. Aber als Alternative kann ich das schon anbieten. Das schon. Absolut. Also, dann haben wir ja auch da eine Lösung drin, liebe Zuschauer, dass, wenn Sie weiter weg wohnen oder Ihnen die Anfahrt doch zu schwierig ist, bis hier in die Schweiz, dann können Sie mit dem Timocin über Skype eventuell eine Sitzung machen oder vielleicht sogar eine telefonische Beratung. Ja, dann haben wir alle Themen durch. Ich möchte nochmal auf die Website hinweisen, dass die Zuschauer das nochmal gesehen haben. Wie gesagt, unter www.mentor.ch finden Sie die Seite von Timocin Tyroglu. Und darauf hat er auch die Grundthemen schon beschrieben, in denen er Hilfe leisten kann. So, das war die Website. Dann, wie gesagt, ging es mir auch in der Frage nochmal so um ein spezielles Erlebnis. Was bleibt dir denn da so in Erinnerung oder was ist dir in Erinnerung geblieben? Also, ich habe mal einen Kunden gehabt, den habe ich im Fitness kennengelernt eigentlich und gesagt, was ich so tue, was ich so mache. Und dann haben wir uns mehrmals getroffen, einfach unabhängig davon, dass ich im Office war. Und er wusste irgendwie, er müsste zu mir kommen, aber er hatte den Mut nicht. Und irgendwann einmal, es ist etwa sechs, sieben Monate vergangen und war bei mir und hat gesagt, wäre ich doch viel früher zu dir gekommen. Ich fühle mich jetzt so wohl und schön, dass eigentlich solche Tätigkeiten ausgeführt werden. Und er war sehr glücklich. In welcher Problematik war sein Thema? Ja, sehr durchwoben. Also, er hatte ein sehr hohes Bewusstseinsfeld, aber er hatte viel alte Geschichten hinter sich, die sich in Mitleidenschaft gezogen haben. Die dich immer wieder mitziehen und runterziehen. Richtig, die sie versucht haben, immer wieder runterzuziehen. Und wir haben das zusammen gelöst und bis jetzt ist er sehr souverän unterwegs. Und es freut mich sehr, weil das sind auch die Zukunft für morgen, diese Menschen. Absolut. Perfekt. Liebe Zuschauer, wenn es natürlich so laufen kann, wie wir das eben gehört haben, dass man sich trifft auf einer Ebene, Sie haben es gehört, im Fitnessstudio und man ins Gespräch kommt. Und dann ist es immer so, kann der Gegenüber die Dinge ganz anders betrachten. Warum? Er ist nicht involviert. Er sieht es von einer ganz anderen Sicht und kann den Menschen viele Hinweise und Informationen geben, die sie dann letztendlich zum Ziel führen. So, ich glaube, wir haben es für heute gepackt, haben alle Informationen um den Timocin Ihnen zusammengetragen, liebe Zuschauer. Jetzt bleibt es bei Ihnen, auch ihn in Anspruch zu nehmen und ich hoffe, dass ich noch viele solche Menschen in den Sendungen vorstellen kann, wo wir einfach wieder hingehen können und können sagen, Schaut, das sind alles die, die uns geschickt werden, wenn wir mal an einer Mauer stehen und nicht drüber sehen oder nicht drum herum sehen, dann kommt bestimmt jemand daher wie Timocin und zeigt uns den Weg um die Mauer herum oder hat eine Leiter dabei, wie wir drüber kommen. Das ist genau der Punkt, wo man Mentoren und Lehrer in Anspruch nimmt. Deswegen, liebe Zuschauer, meine ich, da haben Sie heute wieder jemanden kennengelernt, der Ihnen aus Situationen heraushelfen kann, wo man selbst in seinem geistigen Karussell rumrennt und nicht mehr drüber hinaus schaut. Timocin, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Finde ich ganz toll, was du machst und wie gesagt, ich werde bestimmt von den Zuschauern eine Reaktion bekommen, das ist immer so, wenn sie bei dir waren, denn die Menschen sollen das auch machen, dass wir den Zuschauern auch dann ein bisschen wieder Bericht geben können, was sie bei dir erlebt haben. Alles, alles Gute, viel, viel Erfolg weiterhin und Ihnen, liebe Zuschauer, bleibt mir nur noch zu sagen, einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht und bis Montagabend in alter Frische. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.